Also die Sonnenkraft, verstehst? Die Sonnenkraft ist so ähnlich wie die Gangschaltung. Sonnenkraft und Gangschaltung, verstehst? Das ist immer wichtig beim Aussteigen, denken an die Sonnenkraft, verstehst? Die Sonnenkraft, Dolce Nero, verstehst? Kommt, kommt und zack, ok? Habe ich irgendwo Zettel gehabt? Mal schauen, wo ich sie hab. Hier, ja, passt. Kann mich vorbereiten, Unterlage brauche ich immer, verstehst? Also der Schwarze Hirsch, der Häuptling der Indianer, der ausgestorben wurde, also ausgeratet, verstehst? Von Menschen, die nicht wohlgesungen waren, dem Nachwuchs, verstehst? Dem eigenen Nachwuchs oft verkauft haben, um wenig Geld, um Büffelfleisch, verstehst? Mehr Büffel abzuschlachten als notwendig, um die Kinder zu verkaufen oder überhaupt verzichten, verstehst? Hochverrat ja das. Darf man nicht. Kinder braucht man viele, viele und Büffel nehmen lassen, so viele wie möglich. Nur wenn man einen sehr großen Hunger hat, eins abschlagen, einen Büffel und essen, verstehst? Aber nicht darüber hinaus, verstehst? Nicht das ganze Land verkaufen, verstehst? Darf man nicht. Lieber was produzieren. Produktionsgüter, Wirtschaftsgüter, Handelsgüter, Konsumgüter, Automobile. Wunderschöne zum Beispiel. Es mangelt da nichts, verstehst? Der Haflinger ist ein Pferd, verstehst? Ist aber auch ein Gefährt. Der Haflinger ist der Büffel sozusagen unserer Zeit, der Gegenwart, verstehst? Die Gegenwärtigkeit. Und der Mann muss sich irgendwie an, verstehst? Anschmiegen. Und die Farbe, verstehst? Muss alles passen, passen, verstehst? Dass alles Senftubig ist, verstehst? Senf, Senffarben. Und die Schönheit, die Pracht, die Natur, die Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich, verstehst? Alles. All das, dass man dort, wo die Parkfläche, verstehst? Die Parkfläche, die groß, mosig ist, mosig, sanftönig, verstehst? Dass alles dazu passt. Also die Spitzenproduktion, verstehst? Österreichische Spitzenproduktion, Hochbau, Tiefbau, Stahlbau, verstehst? Vössalbine, was weiß ich, Steier, Teibler, Buch, das Beste, verstehst? Und die Verarbeitung, die größte Güte, also die Herrlichkeit des Mannes, der schlagen kann und hämmern und schwindeln, verstehst? Und schrauben sie ihr. Da kann der starke Mann, schau, wenn du schaust, der starke Mann, schau, wie das ausschaut. Der schaut aus, der kann einen drehen, drehen und drehen, verstehst? Der starke Mann ist nicht gewalttätig, aber er hat Gewalt, die Macht des Handwerks, verstehst? Das ist die Schönheit. Und was sagt, was sagt jetzt Alcinero? Was sagt der schwarze Hirsch zu diesem, zu diesem Stadel, verstehst? Schwarze Hirsch meint er. Was meint er? Ich habe die Menschheit geheilt, ihre Schmerzen gelindert durch den großen Geist der Gottheit. Das muss reichen. TDC, Spitzenprodukte.